Nach der jetzigen Kältephase mit Frost und regionalem Schnee dreht die Wetterlage am Mittwoch auf West. Im Anschluss gelangen Sturm und Orkantiefs nach Mitteleuropa, weswegen am Donnerstag eine Sturmlage ansteht. Aufgrund dessen gibt es zum heutigen Tag eine Warnübersicht. Im Mittelpunkt steht das Orkantiefklaus, welches derzeit noch über dem Nordatlantik liegt, teils mit Orkanböen bis 160 Kilometern pro Stunde. Dieses erreicht Deutschland am späten Mittwochabend mit ersten starken bis stürmischen Böen im Nordwesten Deutschlands. Im Laufe des Donnerstags frischt der Wind dann weiter auf, sodass es häufig stürmische Böen oder auch einzelne Sturmböen bis in tiefe Lagen geben kann. Im äußersten Nordwesten Deutschlands sind auch einzelne orkanartige Böen über 100 Kilometer pro Stunde denkbar. Im Bergland ist es dabei allgemein noch stürmischer, besonders in den westlichen Mittelgebirgen drohen Orkanböen. In den kommenden Tagen folgt gegebenenfalls ein Infoclip mit detaillierten Informationen. Untertitelung des ZDF Daniņš